Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung, Einführung in die Ökonomische Anlösung des Rechts, Ministerin und Ökonomischen Grundlagen, Sitzung 21. Heute geht es um Enteignungen, das ist die letzte Input-Sitzung, die wir machen. Vorab noch ein Blick auf die Termine, weil es jetzt nicht mehr so viele gibt. Gut, letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, letzten Dienstag hatten wir das Online-Experiment. Beteiligung waren so ungefähr 26 Teilnehmer. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass da nicht mehr Leute da waren, aber die da waren, die haben sich wirklich bemüht. Und nächste Woche besprechen wir das, was dabei rausgekommen ist. Heute, wie gesagt, geht es um Enteignungen, das letzte inhaltliche Kapitel dieser Vorlesung. Und dann, nächste Woche Dienstag, geht es um die Besprechung der Daten aus dem Experiment und ich zeige Ihnen, wie die E-Klausur vom Prinzip aussehen wird, nicht wie Ihre Klausur aussehen wird. Natürlich in der Online-Vorlesung gehe ich dann auf Wiederholungsfragen ein, also das, was Sie sich gewünscht haben auf Moodle und das, was konkret genug war, dass ich da auch was vorbereiten kann, werde ich bis dahin vorbereiten. Und wenn noch mehr, also ich schätze es so ein, dass das, was bis jetzt da ist, das sind so ungefähr 5, 6 Sachen, dass ich das alles an dem Termin hier abarbeiten kann, in einer 90-Minuten-Vorlesung. Aber Sie können weiterhin noch Wiederholungsfragen angeben. Ich schätze es so ein, dass die, die noch keine Wiederholungswünsche haben, einfach noch nicht angefangen haben zu wiederholen und deswegen keine Wünsche haben. Aber ich wiederhole gerne und ich biete an, an diesem Dienstag hier auch nach Kassel zu kommen, im Hörsaal zu wiederholen. Manche finden das ja besser. Und dann in der letzten Woche können wir das Gleiche wieder machen. Man kann immer noch Fragen beantworten. Und dann am 1.8. ist die Klausur. Die Klausur findet im E-Klausurencenter statt. Wenn wir mehr als 75 Anmeldungen haben, dann müssen wir die Klausur in zwei Durchgänge schreiben, weil es da nicht mehr Plätze gibt. Das ist aber kein Problem, da der Raum mehrere Zugänge hat, so dass die, die im ersten Durchgang schreiben, dann zur einen Tür rausgehen und die Leute, die zum zweiten Durchgang schreiben, kommen dann zur eigentlichen Eingangstür rein, so dass möglichst wenig Kommunikation möglich ist. Allgemeine Infos der E-Klausur gebe ich nächste Woche in der Vorlesung. Und am 9.10. ist dann die Nachklausur. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da müssen Sie beachten, dass die Anmeldung zu im HIST unter dem nächsten Semester zu finden ist, weil es terminlich schon ins nächste Semester fällt. Nicht, dass Sie sich wundern, dass es nicht unter Sommersemester auftaucht. Okay, aber genug zum Organisatorischen. Heute schauen wir uns ein paar ökonomische Argumente an in Bezug auf Enteignungen. Wir haben das Thema schon ganz kurz angesprochen beim normativen Klaus-Theorium. Da kam in einem Beispiel vor, dass der Staat enteignet. Und heute schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Zunächst ein paar Grundlagen. Wie sehen denn die rechtlichen Grundlagen in Deutschland aus in Bezug auf Enteignungen? Im Zweifel wissen Sie das besser als ich. Eine Enteignung ist dann zulässig, wenn sie dem Wohl der Allgemeinheit dient. Wir brauchen außerdem eine Ermächtigungsgrundlage aufgrund eines Gesetzes. Und in diesem Gesetz muss die Art der Entschädigung und die angemessene Höhe der Entschädigung geregelt sein. Das sind so die Voraussetzungen aus juristischer Sicht. Und ein Standardproblem in der Diskussion um Enteignungen ist die folgende. Was ist denn mit Enteignungen, die rechtswidrig durchgeführt worden sind? Also Enteignungen, die schon passiert sind, aber eine der obigen Voraussetzungen verletzen. Darauf gehen wir gleich ein. Außerdem ist noch wichtig die Struktur der deutschen Regelungen in Bezug auf Enteignungen. Wir haben es nämlich mit einer Mischung aus Unterlassungsanspruch und Entschädigungsanspruch zu tun. Erstens ist ja das Eigentum des Bürgers grundsätzlich geschützt. Das heißt, es darf eigentlich gar nicht enteignet werden. Und wenn doch enteignet wird, dann muss entschädigt werden. Warum wir das brauchen, schauen wir uns auch an. Denn es ist ja konzeptionell schon anders als das, was wir uns bisher beim Coase-Theorium angeschaut haben. Dort hatten wir ja entweder Unterlassungsanspruch oder Entschädigungsanspruch. Und wie gesagt, das schauen wir uns ja heute an, warum das aus ökonomischer Sicht Sinn macht. Wir gehen dabei in der Reihenfolge vor. Zuerst arbeiten wir die Voraussetzungen ab, wobei Regelung und Höhe der Entschädigung können wir in einem Punkt abhandeln. Dann schauen wir uns an, was aus ökonomischer Sicht Sinn macht, wie man verfahren sollte mit rechtswidrigen Enteignungen. Und am Ende schauen wir uns das Problem, schauen wir uns an, warum es in diesem Bereich Unterlassungsanspruch und Entschädigungsanspruch gibt. Fangen wir an mit den Voraussetzungen. Was heißt denn zum Wohle der Allgemeinheit? Aus ökonomischer Sicht sagt man, dem Wohle der Allgemeinheit dient eine Enteignung dann, wenn der Staat sich das Eigentum ohne Enteignung nicht beschaffen kann. Okay, natürlich ist da vorausgesetzt, dass der Staat sich nur Eigentum schaffen will, wenn es gesellschaftlich sinnvoll ist. Was könnte es denn für Gründe geben, dass der Staat Eigentum nicht einfach kaufen kann? Da gibt es das sogenannte Holdout-Problem. Und zwar, wenn zum Beispiel der Staat eine Straße durch mehrere Privatgrundstücke bauen möchte, kann er versuchen, die Grundstücke zu kaufen. Und wenn der Staat jetzt schon die meisten davon erworben hat, A bis auf 1, dann hat der letzte Grundstücksbesitzer einen Anreiz, einen viel höheren Preis zu verlangen als den Marktpreis, weil er ja auf einmal eine stärkere Verhandlungsposition hat, denn er behindert ja das ganze Projekt. Und das heißt, er hat eine andere Verhandlungsposition und kann sich strategisch verhalten. Das wissen aber alle von den Grundstücksbesitzern. Und dementsprechend wird jeder der Grundstücksbesitzer versuchen, der letzte Verkäufer zu sein und somit abwarten, bevor er verkauft. Das kann dann in so einem Gleichgewicht landen, dass keiner verkauft, weil er darauf warten will, der letzte zu sein und eben diese Verhandlungsmacht zu haben. Und dieses Abwarten, da kommt das Wort her, Holdout, to hold out. In solchen Fällen kann es gesellschaftlich sinnvoll sein zu enteignen, denn der Staat, es könnte ja sein, dass diese überhöhte Zahlungsforderung dazu führt, dass es gesellschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, das Projekt durchzuführen. Und dann kann Enteignung sinnvoll sein. Ein ähnliches Problem ist das, ein sehr ähnliches Problem ist das der Anti-Allmende. Das überlappt sich ziemlich stark. Wenn der Staat ein Grundstück erwerben möchte, das aus mehreren kleinen Grundstücken besteht, dann wird die Gesamtforderung der Eigner überhöht sein, da jeder Einzelne versucht, sich einen möglichst großen Teil der Zahlungsbereitschaft des Staates zu sichern. Also Sie merken schon, von der Argumentation ist das sehr ähnlich wie das Allmende-Problem, bloß dass wir hier von der Anti-Allmende sprechen, weil die Wirkung genau andersrum läuft. Es geht hier nicht um Nutzung, sondern um Zahlungsbereitschaft. Und es kommt dann eben zu einer Unternutzung der Ressource. Deswegen heißt es Anti-Allmende. Und auf der Grundlage dieser Notwendigkeit zur Enteignung durch den Staat können wir nun das Kriterium der Gemeinnützigkeit im Grundgesetz auslegen. Haben wir eine Rechtfertigung mithilfe von Enteignung, Staatseinkommen zu generieren? Nein. Der Staat hat genügend alternative Möglichkeiten, Staatseinkommen zu generieren, bei denen keine Holdout-Probleme entstehen, zum Beispiel Steuern. Das heißt, da gibt es diese Rechtfertigung über die Holdout-Probleme nicht. Das heißt, Generierung von Staatseinkommen ist keine Rechtfertigung für Enteignung. Wie ist es mit einer Reduktion von Kaufpreisen? Es ist natürlich billiger, ein Grundstück über Enteignung sich zu holen, als über irgendeinen Kaufpreis. Kann der Staat also Enteignung benutzen, um zu hohe Kaufpreise zu vermeiden? Natürlich hängt das davon ab, was wir mit zu hoch meinen. Solange der Kaufpreis, der verlangt wird, nicht über den Marktpreis liegt, greift diese Rechtfertigung natürlich nicht. Denn der Marktpreis spiegelt ja im Bestfall gerade den Wert der nächstbesten Nutzung wider. Und das sollte dann auch gezahlt werden, denn wenn der Staat nicht bereit wäre, diesen Marktpreis zu zahlen, dann heißt das, dass diese Ressource besser aufgehoben wäre in der Hand jemand anderes. Wenn der Kaufpreis allerdings deutlich über dem Marktpreis liegt, zum Beispiel wegen Holdout-Problemen oder einer Anti-Allmende, dann darf der Staat enteignen, dann haben wir hier eine ökonomische Rechtfertigung zu enteignen. Darf der Staat enteignen, um öffentliche Güter oder meritorische Güter bereitzustellen? Vielleicht wissen Sie nicht, was meritorische Güter sind. Das sind so Sachen wie, zumeist sind damit gemeint Kulturgüter wie zum Beispiel Theater und Oper, bei denen der Staat sagt, die sollen bereitgestellt werden, auch wenn die private Nachfrage eigentlich nicht dafür da ist. Und kann der Staat denn nicht einfach den Marktpreis für so ein Gut bezahlen, um es bereitzustellen? Ja, außer es ist der Fall, dass bei den bisherigen Eignern Holdout-Probleme vorliegen, die den de facto Kaufpreis über den Marktwert heben würden. Egal, was der Staat also macht, den Marktpreis muss er mindestens, muss er immer mindestens aufbringen, denn sonst wäre das gut bei einem anderen Eigentümer besser aufgehoben. Und bei diesen ganzen Überlegungen müssen wir immer auch in Betracht ziehen, ob es Alternativen gibt. Und wenn wir also eine Straße bauen wollen, der Kauf der relevanten Grundstücke durch ein Holdout-Problem nicht zu Marktpreisen möglich ist, dann heißt das nicht automatisch, dass man enteignen muss. Es könnte ja sein, dass eine alternative Straßenführung mit einem geringeren Eingriff in die privaten Eigentumsrechte verbunden ist. Denn im Hinterkopf müssen wir natürlich schon immer haben, dass die Sicherheit von privaten Eigentumsrechten ein ganz wichtiger Faktor ist in einer Marktwirtschaft. Und der Staat sollte möglichst wenig da eingreifen. Und es könnte sein, dass eine alternative Straßenführung damit mit einem geringeren Eingriff in die Eigentumsrechte verbunden wäre. Noch eine Frage, die man sich stellen kann, ist, ob man auch zugunsten eines Privaten enteignen kann. Wir können uns ja vorstellen, dass durch so eine Enteignung auch die Allgemeinheit besser gestellt werden könnte. Wenn zum Beispiel eine ganz große Firma irgendwo ein ganz großes Werk aufbauen möchte und ein Bauer sperrt sich aber, und es ist klar, diese Firma würde ganz viele Arbeitsplätze bringen für die Region, dann ist die Frage, ob man für diese Firma auch den Bauern enteignen dürfte. Dafür müssen wir klären, wie genau der Gewinn aus dem Übergang des Eigentums verteilt wird. Der Gewinn könnte ja auch teilweise dem Staat zugute kommen. Schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Wie sieht es mit der Enteignung zugunsten Privater aus? Wenn aus juristischer Sicht gesagt wird, dass das Tatbestandsmerkmal zum Wohle der Allgemeinheit dann erfüllt ist, wenn die Enteignung zum Wohle eines Privaten und auch zum Wohle der Allgemeinheit wirkt, dann scheint das in Ordnung zu gehen. Also wenn man sich die Urteile anschaut, zum Beispiel bezüglich der EADS-Werke in Hamburg, dann scheint das so die Auslegung zu sein, der Richter. Und die Frage ist, was fällt denn dann unter auch zum Wohle der Allgemeinheit? Das, wie ich es eben schon mal kurz angesprochen habe, das kann zum Beispiel beinhalten, dass durch die Enteignung viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden und dass allgemeine Wirtschaftskraft in der Region gesteigert wird. Problematisch ist es natürlich, wenn Subventionen ins Spiel kommen, wenn der Private also auch noch zusätzlich Subventionen braucht, um das umzusetzen, dann ist der Spielraum für den potenziellen Wohlfahrtsgewinn natürlich geringer. Denn die Subventionen müssen ja auch irgendwo herkommen. Und das muss man dann in diesem Kosten-Nutzen-Kalkül berücksichtigen. Gehen wir weiter in der Liste der Voraussetzungen. Durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Warum macht das ökonomisch Sinn? Dafür müssen wir uns überlegen, wer denn letztendlich über die Enteignung im Einzelfall entscheidet. Das sind Politiker und oder Verwaltungsbeamte. Welche Kosten der Entscheidung tragen diese Akteure, wenn sie über eine Enteignung entscheiden? Relativ geringe Kosten, zumindest im Verhältnis zu den potenziellen gesellschaftlichen Kosten, die entstehen. Also jemand wird enteignet, das heißt, er verliert schon mal sein Eigentum. Und man greift natürlich auch in die Sphäre der privaten Eigentumsrechte ein. Das sind auch gesellschaftliche Kosten. Denn stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Staat, wo relativ häufig der Staat so eingreift und enteignet, dann steigert das natürlich allgemein die Unsicherheit. Und Sie werden weniger Markttransaktionen durchführen, weil Sie immer diese Unsicherheit haben, ob der Staat jetzt vielleicht doch noch irgendwie eingreifen wird. Das sind potenzielle gesellschaftliche Kosten. Und der Einzelentscheider berücksichtigt potenziell sehr wahrscheinlich einen zu geringen Teil dieser gesellschaftlichen Kosten der Entscheidung. Genauso können wir fragen, welchen Nutzen hat der Entscheider bei der Enteignung? Wiederum nur seinen privaten Nutzen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der gesellschaftliche Wohlfahrtsgewinn aus einer Enteignungsentscheidung in irgendeiner Form direkt in die Nutzenfunktion des politischen Entscheiders einfließt. Unterm Strich werden die relevanten Entscheidungsträger, also die relevanten Kosten und Nutzen, nicht korrekt berücksichtigen, somit also potenziell zu Fehlentscheidungen kommen. Fehlentscheidungen bedeutet, es wird enteignet, wenn eigentlich nicht enteignet werden sollte, oder es wird nicht enteignet, wenn eigentlich enteignet werden sollte. Und eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu beheben, ist, die Transparenz der Entscheidung zu erhöhen. Zum Beispiel dadurch, dass legale Enteignungen durch den politischen Prozess laufen müssen. Dadurch vermeiden wir potenziell willkürliche Entscheidungen in Bezug auf die Enteignung. Und ein weiterer Grund, warum das Sinn macht, ist, dass Enteignung, ein weiterer Grund dafür, warum Enteignung nur auf dem Gesetzesweg sinnvoll ist, ist die Planungssicherheit, denn dadurch ist ausgeschlossen, dass man kurzfristig völlig überraschend enteignet wird. Wenn man ein Gesetz braucht, zum Enteignen, dann geht das nicht total kurzfristig und überraschend. Darüber wird vorher lange geredet und diskutiert und der Eigentümer kann sich darauf einstellen, dass er potenziell enteignet wird. Das ist, ich wiederhole es gerne, wichtig, damit ökonomische Entscheidungen effizient betroffen werden und weil, besonders wenn wir davon ausgehen, dass Akteure risikoavers sind. Okay. Gehen wir weiter zur Regelung der Entschädigung und der angemessenen Höhe der Entschädigung. Die Entschädigung für die Enteignung muss in das Enteignung betreffende Gesetz geregelt sein und die Höhe muss angemessen sein. So ist der Wort oder so ist die Voraussetzung. Es geht hier natürlich auch um die Vermeidung von Willkür, sodass die Planungssicherheit gesichert ist. Denn wenn die Entschädigung zu klein wäre, dann bringt das ja auch nichts. Außerdem sollen damit optimale Investitionsentscheidungen sichergestellt werden. Wie sehen denn optimale Investitionsentscheidungen aus? Naja, was gesellschaftlich nicht sinnvoll sein kann, ist, dass jemand in sein Grundstück investiert, nur um noch mehr Entschädigung zu erhalten. Das kann nicht sinnvoll sein. Genauso wenig kann es sinnvoll sein, dass jemand zu wenig investiert, weil er befürchtet, irgendwann enteignet zu werden. Okay. Bleibt immer noch die Frage, was ist die optimale Höhe von Entschädigung? Und das schauen wir uns jetzt in einem Zahlenbeispiel an. Wir haben ein Grundstück, das 100 wert ist. 100 Einheiten. Von mir aus 100.000 Euro. Egal, ich sage einfach 100. Was heißt das? Das ist der Marktpreis. Also man kann es auf dem Markt für 100 verkaufen. Das heißt, das ist der Wert des Grundstücks in der besten alternativen Verwendung. Wenn der Eigentümer jetzt 80 Einheiten in das Grundstück investiert, kann er darüber hinaus noch 90 erwirtschaften. Okay. In der Fallvariante sind das 85, aber das klammern wir jetzt aus. Deswegen ist das auch ausgeklammert. Diese Investition scheint erstmal sinnvoll. Lohnenswert. Also wenn man 80 reinstreckt und 90 rauskriegt, das ist ja eine positive Rendite. Jetzt gibt es aber das Problem, dass mit 10%iger Wahrscheinlichkeit ein gesellschaftlicher Nutzungsbedarf des Grundstücks auftritt. Können Sie sich überlegen, was Sie wollen. Es könnte sein, dass das ein Bauernhof ist, der wegen einem Staudamm weg muss oder eine neue ICE-Trasse wird gelegt, genau da, wo ein großer Bauernhof ist. Irgendwas in der Richtung kann sich vorstellen. Konkret ist der Wert für die Gesellschaft in diesem Fall dann 220. Und das ist mehr als der Wert des Grundstücks ohne Investition, aber auch mehr als der Wert des Grundstücks mit Investitionen. Das sind ja 100 plus 90. Wir schließen aus, dass man einfach an den Staat verkaufen kann. Wir nehmen an, es gibt Holdout-Probleme. Und die Frage ist, warum nimmt man das an? Naja, weil sonst braucht man gar nicht über Enteignung zu reden. Sonst könnte man einfach verkaufen. Die Frage ist, sollte jetzt aus gesellschaftlicher Sicht in das Grundstück investiert werden oder nicht? Und also fragen wir uns, was ist der Wert des Grundstücks für die Gesellschaft, deren Teil der Eigentümer ja ist, wenn die Investition nicht getätigt wird? So. Das ist hier, W0 ohne Investition. Mit Wahrscheinlichkeit 90% ist der Wert des Grundstücks 100 ohne Investition und mit Wahrscheinlichkeit 10% ist der Wert des Grundstücks 220 für die Gesellschaft. Zusammengenommen macht das 112. Wie sieht es im Fall mit Investition aus? Im Fall mit Investition entstehen auf jeden Fall erstmal die Investitionskosten minus 80. Mit Wahrscheinlichkeit 90% wird nicht enteignet, dann ist der Wert des Grundstücks 190 mit Wahrscheinlichkeit 10% wird enteignet, dann ist der Wert des Grundstücks 220 macht zusammen 113 und das ist größer als der Wert des Grundstücks, der gesellschaftliche Wert des Grundstücks ohne Investition, so dass es aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll ist, die Investition zu tätigen. Aus gesellschaftlicher Sicht sollte die Investition durchgeführt werden. wird das tatsächlich geschehen? Dazu müssen wir uns das private Kalkül anschauen und das hängt mitunter davon ab, wie genau die Entschädigung aussieht. So, ohne Investition ist der private Wert des Grundstücks Jahrhundert. was ist am Ende der Eigentümer investiert und es gibt gar keine Entschädigung im Fall der Enteignung, dann Moment, ich hänge, ich hänge, ich hänge, okay, das ist der private Wert. Was ist, wenn der private Wert ohne Investition des Grundstücks ist 100, okay, ganz klar. Was ist, wenn der Eigentümer investiert und nicht entschädigt wird, dann haben wir auf jeden Fall die Investitionskosten mit Wahrscheinlichkeit 90% wird nicht enteignet und der Wert des Grundstücks ist 190 für den Eigentümer mit Wahrscheinlichkeit 10% wird enteignet und dann ist der Wert für den Eigentümer Null, weil er nicht entschädigt wird. Macht 91. Okay. Und das ist weniger als der Wert des Grundstücks ohne Investitionen, so dass es für den privaten Eigentümer Sinn macht, nicht zu investieren, obwohl es aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, denn wir haben eben gesehen, dass der gesellschaftliche erwartete Wert des Grundstücks größer ist als größer mit Investitionen ist als ohne. So, und jetzt schauen wir uns an, wie sich das Kalkül ändert, wenn es eine Entschädigung gibt. Was wäre denn, wenn der Eigentümer zum Beispiel entschädigt würde in Höhe von 100, also zum Marktwert? Dann ersetzen wir in der Rechnung von eben die Null durch eine 100, also nochmal von vorne. Wir haben auf jeden Fall die Investitionskosten mit Wahrscheinlichkeit 90% ist der private Wert des Grundstücks 190, weil es nicht weggenommen wird. Mit Wahrscheinlichkeit 10% wird es weggenommen, aber man kriegt eine Entschädigung von 100, macht, unterm Strich 101. Und das Zahlenbeispiel ist jetzt gerade so gewählt, dass natürlich es sich doch jetzt lohnt zu investieren, wenn man zum Marktwert entschädigt wird. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Entschädigung noch höher ist, dann macht es noch mehr Sinn, die Investition zu tätigen. Also wenn hier zum Beispiel in Höhe von 180 entschädigt würde, das wäre Marktwert plus Investitionskosten. Oder man könnte auch 190 sagen, Marktwert plus Investitionsrendite. Wir sehen also, unterm Strich sollte die Entschädigung bei ungefähr 100 oder höher liegen, denn selbst bei 100 sehen wir, dass der erwartete Wert gerade so ein bisschen größer ist. als der Marktwert des Grundstücks ohne Investition. Wir halten fest, die beiden Varianten mit Entschädigung höher von 100 und 180 führen zum erwünschten Ergebnis. So, schauen wir uns jetzt die Fallvariante an, in der die Rendite aus der Investition nur 85 ist und nicht 90. Und wenn wir uns jetzt den gesellschaftlichen Wert des Grundstücks ohne Investition anschauen, kommen wir weiterhin auf 112. Klar, denn ohne Investition kann sich nichts geändert haben, weil es keine Rendite gibt. Mit Investitionen haben wir jetzt einen Wert von 108,5. Also wir haben hier, das ist der gesellschaftliche Wert, also auf jeden Fall Investitionskosten, wahrscheinlich weit 90%, ist das Grundstück 185 Wert, mit Wahrscheinlichkeit 10% ist es für die Gesellschaft 220 Wert, macht zusammen 108,5, ist kleiner als der Wert ohne Investition, aus gesellschaftlicher Sicht sollte die Investition also nicht durchgeführt werden. Was wird passieren? Dann müssen wir uns wieder die privaten Anreize anschauen. Wenn der Eigentümer nicht investiert, hat er nach wie vor einen Wert von 100 für das Grundstück. Wenn er investiert und nicht entschädigt wird, hat er wieder die Investitionskosten von 80, mit Wahrscheinlichkeit 90% wird er nicht enteignet, hat er 185 für das Grundstück, mit Wahrscheinlichkeit 10% enteignet und hat nichts, macht zusammen einen Wert von 86,5. Das findet er auf jeden Fall schlechter als nicht zu investieren. Wenn er investiert und bei Enteignung zum Marktwert entschädigt wird, ich weiß nicht, warum da die Zeile nicht auftaucht, dann ist das ja die gleiche Rechnung wieder aber mit 100, also er hat auf jeden Fall die Investitionskosten mit Wahrscheinlichkeit 90%, hat er einen hohen Wert des Grundstücks, Wahrscheinlichkeit 10%, wird es ihm weggenommen und er wird zum Marktwert ohne Investition entschädigt, hat dann 96,5, hat also immer noch keinen Anreiz zu investieren, weil eine Entschädigung in Höhe von 180 lohnt es sich dann aber zu investieren, also wenn die Entschädigung groß genug ist, dann ist der erwartete Wert des Grundstücks aus privater Sicht dann doch größer, und wir sehen also, dass wir bei den oberen beiden Fällen zum sozial erwünschten Ergebnis kommen, denn wir hatten ja eben gesagt, bei dieser Fallvariante ist es aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll nicht zu investieren und das ist eben der Fall, wenn es entweder gar keine Entschädigung gibt oder nur Entschädigung zum Marktwert und die einzige Entschädigung, also wenn wir uns die zwei Fallvarianten vergleichend anschauen, stellen wir fest, die einzige Entschädigungsregel, die uns in beiden Fallvarianten zum erwünschten Ergebnis geführt hat, ist die Entschädigung zum Marktwert. Deswegen ist das Ergebnis nur zur Höhe des Marktwertes entschädigt werden und nicht den Höhe des Wertes, der dadurch entsteht, dass jemand in sein Grundstück besonders investiert hat. Deswegen sprechen wir hier auch nicht von Schadensersatz, sondern von Entschädigung. Schadensersatz würde ja potenziell auch dafür kompensieren, was man an Investitionskosten reingesteckt hat. Das hier ist einfach nur noch mal die Zusammenfassung davon. Entschädigung macht nur sinnvoll in Höhe der besten Verwendung. Also zum Marktwert. Zwei Sonderprobleme, die wir kurz erwähnen sollten. Ein Grund, warum Enteignungen nicht ganz entschädigungslos sein sollten, ist, dass entschädigungslose Enteignungen zu Überinvestitionen führen können, also zu Investitionen, die höher sind als gesellschaftlich angemessen. Wie kann das sein? Naja, wenn der Eigentümer durch die Investitionen verhindern kann, dass die Investition gesellschaftlich sinnvoll ist, dann hat der Eigner einen Anreiz, diese Investitionen auch durchzuführen. Denken Sie zurück an das Zahlenbeispiel von eben, würde der Eigentümer so viel Geld in sein Grundstück investieren, dass sein privater Wert des Grundstücks höher wäre als der soziale Wert, sodass eine Umnutzung nicht mehr gesellschaftlich sinnvoll wäre. Aber er hätte dann aus gesellschaftlicher Sicht auch überinvestiert in sein Grundstück und das macht natürlich keinen Sinn. Das ist aber eher eine theoretische Möglichkeit als ein wirklich relevantes Problem. Umgekehrt kann eine Entschädigung auch zu einer Unterinvestition führen, wenn der Eigentümer dann nämlich nicht genug Geld in sein Grundstück investiert, dann wird er eher enteignet und erhält dann davon eine Entschädigung. Und wenn man sich eben ausrechnet, dass sich das lohnt, dann wird man unterinvestieren. Und das ist besonders dann relevant, wenn die private Nutzung des Grundstücks mit Risiken behaftet ist. Und dann kann es für risikoaverse private Eigentümer Anreize geben, zu wenig ins Grundstück zu investieren, denn eine Entschädigungszahlung ist ja nicht mit Risiko behaftet. Schließlich stellen wir uns noch die Frage, warum es nicht reicht, alles über Entschädigungen zu regeln, warum brauchen wir zusätzlich noch einen Unterlassungsanspruch, haben wir denn nicht, haben wir denn mit der Entschädigungsregelung, so wie wir sie eben besprochen haben, nicht schon genügend Anreize für den Staat, nur dann zu enteignen, wenn es sinnvoll ist. Ein potenzielles Problem bei Enteignungen mit Entschädigung zum Marktwert ergibt sich bei folgender Konstellation. Wenn der gesellschaftliche Wert des Grundstücks niedriger ist als der private Wert, aber immer noch höher als der Marktpreis, dann gibt es einen Anreiz für den Staat zu enteignen, auch wenn es gesellschaftlich nicht sinnvoll ist. Das ist eine Konstellation, in der Enteignungen passieren würde, obwohl es nicht sinnvoll ist. Ein weiteres Argument liegt darin begründet, dass die Entscheidung über die Enteignung von einem einzelnen politischen oder administrativen Akteur kommt, also ein Verwaltungsbeamter und in diesem Kontext haben wir eben schon festgehalten, dass wir diesen Entscheidern nur schlecht die gesamten gesellschaftlichen Kosten oder Nutzen zurechnen können und das führt eben potenziell zu falschen Entscheidungen. Eine Möglichkeit, die Entscheidungen über die Enteignung ein Stück weit in die richtige Richtung zu steuern, ist die gerichtliche Kontrolle. Gerichtliche Kontrolle kriegen wir aber nur hin, wenn es über den Entschädigungsanspruch hinaus auch einen Unterlassungsanspruch gibt, der die privaten Eigentümer vor Enteignung schützt. Perfekt funktioniert das natürlich nicht, denn Richter sind auch nur Menschen mit Anreizen oder einer Nutzenfunktion auch bei Richtern ist nicht zwangsläufig fest sichergestellt, dass sie die gesamten gesellschaftlichen Kosten und Nutzen berücksichtigen, allerdings eher als bei einem Verwaltungsbeamten, denn Richter bei Richtern ist es ja ein Stück weit Teil des Jobs, die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen abzuwägen. Das war's schon, was haben wir heute behandelt? Das Thema Enteignung, das letzte inhaltliche Thema dieser Vorlesung, wir haben uns die Voraussetzungen genau angeschaut, aus ökonomischer Sicht, warum macht es Sinn, dass eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit dienen soll, dass sie nur durch Gesetz durchgeführt werden kann und dass die Entschädigung geregelt werden muss und dass die angemessen Höhe der Entschädigung geregelt werden muss, das haben wir uns alles aus ökonomischer Sicht angeschaut und zum Schluss haben wir noch Argumente vorgebracht, warum es Sinn macht, dass es hier Entschädigungsanspruch plus Unterlassungsanspruch gibt. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt der Vorlesung haben, haben Sie in der Regel nicht, dann öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke und auf Wiedersehen.